Musik Andi ist natürlich schon unser Sherlock hier Wir nennen Andi jetzt nur noch The Brain The Brain The Brain Wir holen die Geld hier Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trouble in Terrorist Town Dabei ist der Daniel Hallo Der Rico Hallo Der Mollen Hallo Der Andreas Hallo Oh der Bär Hallo Hört sich den Namen jetzt hier schon durch Natürlich meine Willen kein Affe in dem Dschungelbuch Ich will die Brotflinze mehr Und ich bin Innocent Innocent Ich übrigens ich hab gerade entdeckt wo ich in der Map rumgeflogen bin Dass es hier ne Kanalisation gibt Riko ich hab mir nochmal das Pack durchgeguckt was du abonniert hattest da von Pizmeter Da sind ein paar Maps dabei die müssen wir auf jeden Fall reinnehmen Dann sag mir Bescheid welche das sind Ich kenn die Map noch gar nicht voll unfair Ich komm ja auch nicht grad klar Wir komm ja auch nicht grad klar Ich hab ne Pampen an mann Was hier was? Noch ne Pampen an? Nö So gar ne Pampen an Ach jetzt 17 Gibt ja eigentlich nicht so Traitor Test auf der Map? Ehhhh Ah ne das ist der Knober Ich wollt mich grad freuen weil da ne AK liegt Also ne AHHHHH Deine AK Ich hab noch nicht wirklich einen von euch gesehen Wo seid ihr denn? Ich seh dich Riko Wir sind hier grad im Gebäude und gucken Ach da Räume an LOL Also ich und Seto Also Andi könnte mich weg machen Nein ich hab ne Shotgun Ich hab auch eine Ja du würdest dann nicht sofort sterben da könntest du rufen Andi Bürokomplex weil da bin ich Ja das ist Lou Boah jetzt muss ich mich an das Karm anfangen zu hören bei dir Hey Latsch mir stopp Latsch mir noch nicht im Weg Was hast du denn? Ich hab gesagt ey da ist Lou Du bist schon nicht stehen Ja ich konnte jetzt nicht mal geradeaus gehen wegen dem Stiegblum Hast ihr auch diese Wassersounds? Ja die Map hier zu Ende oder was? Ja Wassersounds? Ja ich hör so Meeresklang Also Riko rennt hier die ganze Zeit wie ein Tiger an der Käfigwand rum Kommt du Melan Ja du auch Wir machen das Synchronik Ja ich beobachte dich Kannst du mir sagen wenn einer hinten geht's nicht rum? Oh Mann Es sei denn es ist dein König und dann wirst du mir das wahrscheinlich nicht sagen Das ist richtig aber ich bin Inno Alter Hier ist jemand gestorben Wer hat jemand vergiftet Das wär wer Lou dann sag wer in deiner Nähe war War jemand in deiner Nähe? Ich weiß es nicht Oben auf dem Dach ist auch ich hier Ich bin hier Da ist Quäscher Riko ist auf dem Dach Also Riko und ich könnte es nicht gewesen sein Alter seid ihr alle laut Wer war's jetzt Lou? Sag's nochmal bitte Wer denn? Ich war das mal Domi wo warst du gerade? Andi ist auch auf dem Dach Ich bin hier in dem Gebäude Ich bin komplett von allen anderen weg Ich bin hier auf dem Dach Das kann Riko bezeugen Und ich kann bezeugen dass Riko auch nicht auf Lou geschossen hat Wir waren beide gar nichts Ja ich hab nur noch 40 Leben Ich bin sowieso vielleicht tot Wo wurdest du denn abgeschossen? Was ist der mit Seidel? Wo war der? Ich war ein Fan dahinten Der schießt jetzt Hier schießt er einen auf mich Louis ist der Stubbgleich Ja ich hab ja Ich hab schießt hier an dich Als Louis das war Ja ja Crash ja war's nicht Tschüss Ich hab ja nur gesagt dass ich nicht erschrecken soll Der Lou Tschüss Okay dann könnt's Ich kann mir vorstellen dass es Daniel oder Seidel waren Wo war End? Weil ich nicht mehr in der Nähe war und ihr beide auf den Dächern steckt Bei Diego 100% Okay wir haben uns angeguckt Aber ich war in nem fucking Ja also Riko Also wenn es Riko war hat er das in einer Millisekunde gemacht wo ich ihn nicht gesehen habe Und das kann ich mir nicht vorstellen Riko hat er bezeugt dass du von rechts kam ne? Du kannst nicht von hier kamen Du kamst von da Anni hast du denn irgendeine Sicherheit? Von diesem Ja Riko der bezeugt dass ich hier oben auf dem Dach war stimmt's Riko? Nein Das ist aber eine Lüge Mit Daniel zusammen Ja weil ich halt auch auf ihn zugelaufen bin nachdem ich von da kam Das weiß ich Das weiß ich Ich glaub lang schon dass Riko und äh Ja oder Moment Oh Gott ich gehe voll vor Oder was haltet ihr denn von Cete und End? Das könnte auch sein oder? Ja davon halt ich ne Menge Könnte auch sein Aber leider dass du das jetzt sagst mach dich das Mach dich das noch mehr verdächtig Ne weil Riko weiß dass ich nichts gemacht hab Bleib mal mit hier oben bitte Ich will auch nicht runter Kann man hier runter? Bleib mal mit hier oben bitte Ja ich will dich bist ne Ja Dann lass uns Riko weg machen Was? Riko kann es nicht gewesen sein? Ja dann deckst du ihn dann bist du sauf fertig Ja natürlich Ist egal ich mach schon Riko weg Okay Wir haben ja bestimmt 3 Minuten gestanden und uns gegenseitig angeguckt Also wenn dann hat Riko das in ner Millisekunde gemacht Wenn du ihn anfängst nicht anzuschießen mach ich ihn Also Sidle und Riko macht euch dann bereit auf Cete zu schießen Hier ist End End geh runter End geh runter Soll ich auf End schießen Leute? Ey Dann machst du wieder random Wer war das? Wer? Redet Hier Ist nur noch End da Sidle Okay Ich hab nicht auf dich geschossen Das ist echt irritierend ohne Songs Sehr schön Sidle Nice Das ist echt irritierend ohne Songs Ihr seid eben auch ganz schön Loops da drüben ne Ich bin nicht einfach weiter gestanden Was denn? Warum sollte ich dir vertrauen? Ja dann dreh ich mich rum und schieß auf ihn Der ist ja dank mir badly wounded Ich war das nicht Ich kam wirklich von der Kreuze wo ich gesagt hab Oh mein Gott ey Du hättest genau so auf dich schießen können Du bist ja die ganze Zeit vor mir rum gerannt Du hast dich nicht mal umgedreht Doch und ich hab zweimal auf ihr geschossen Deshalb war er badly wounded Ich hab das aber echt irritierend zu schießen ohne wenn man die eigenen Sounds hört Also ich war schon leicht irritiert Wo ich ob ich gerade Du hast halt dann null Feedback Ihr habt beide noch gelehnt Boah seid ihr schlecht Die Poison Die Poison haben da ein bisschen Die war ein bisschen viel Junge wie Crash aber weggeflogen ist Aber dann machst du ja nix Ich kann ja da nicht viel machen wenn ich wegfliegen Dann muss er abwehren Oh hier ist ne Tür Ja Abwehren Ende holen Schluck Aktimal Und dann Muss boxen Abwehren Ich hab Angst Leitern runter zu klettern Ich hab keine Waffe Bin bei Daniel Ich hab auch keine Waffe Bin aber bei keinem Ich hab ne Waffe Das Problem Bei ihm Jetzt hab Incendary Die werfe ich auch an den Dieser bin ich gut Oh ich hab ne Schotty Das ist aber nice Ich bin ne geile Waffe Ja ich will auch ne Schotty Hallo Daniel Du bist da Aber ich weiß nicht wie ein LKW ist Hast du gerade auch los gemacht Pass auf hinter dir ist Feuer Wo? War nicht Hallo Andi Oh Na los Rico Rico war ich mir grad krank Mich denn für ne scheiß Knarre Rico ist grad komisch rumgelaufen Geh weg Ich war im LKW alter Hä? Ach da kann man Die guten Waffen sind hier schon weg Wo warst du denn im LKW was Du warst im LKW Da gibt's jede Menge Da gibt's jede Menge Waffen drin Du warst nicht bei uns Du warst bei uns Du bist hier grad voll kurschig gegengelaufen Oh oh Rico Da muss ich dir aber was sagen Ich hab nen Error Ich seh nen LKW nicht Das heißt ich hab dich drinnen stehen sehen Wie du dich nicht bewegt hast Oh ok Hier ist ein LKW Tut mir leid Ich kann durch den LKW gucken Echt Alter Da warst du doch gar nicht Ja sorry Aber ich hab gesehen wie Rico Du hast nichts aufgehoben LOL Was war das? Nein Du warst nicht Ich warst nicht Ich steh aufm Dach Ich hab jetzt gesehen von wo es gekommen ist Von wo ich hab's nicht gesehen Ja was war das? War das ne Granate? Ja Ich steh aufm Dach Ich war nix Ich steh die ganze Zeit Und weiß nicht mehr wo ihr seid Es kam aber nicht vom Dach Auf welchem Dach stehst du denn? Vielleicht auf beide ne? Vielleicht auf beide Lu und Andi Geh weg Geh weg Geh weg Geh Ich hab's nicht genau gesehen Aber da hau ich halt ab Ich auch nicht Aber du warst nicht Und ich war's auch nicht Ich stand hinter Dach Domi war's auch nicht Ich stand hinter Dach Das muss Andi gewesen sein Aber Andi kann's auf jeden Fall gewesen sein Ja Andi schießt Andi schießt auf dich Andi ist es hundertprozentig Ja? Ja Okay Andi ist es? Bist du tot Rico? Ich werd angeschaut von Andi Bist du tot Rico? Ja Lu Dann ist es Lu Jetzt kauf mal Sachen Mach mal Sachen Lu 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 kauf mal nen Melon Launcher Ich hab zwei weggemacht Ja bei dem Spiel Ja bei dem Spiel Die haben's doch grad gerafft Die haben doch dich doch grad enttarnt Wieso? Die hatten mich noch nicht Du bliebst nur noch übrig Rechne doch mal grad mit Lu Andi hab ich angeschossen Er hat kaum noch was Okay Ich hab mir ne Sniper geholt Lu ist hinter mir Ich hab den Sniper geholt Aber der trifft nix Weil er schlecht ist Du ist tot Ich hab Lu getötet Sehr schön Ist der auf dem Dach Andi? Andi hat auf mich geschossen Andi ist noch auf dem Dach Okay okay gut Wo auf dem Dach? Frage Oh Der ist mein Traitor tot Ich hab ihn nicht gesehen Wie geil Lu Ist vor zwölf und gleich jetzt bei der Dach runtergekommen Oh das gab viele Punkte Warst du das jetzt Andi? Der Ja ich hab den Melon Launcher Voller Marktplatz erst mal Melon Launcher Ich stand vom Dach aus direkt neben euch Und hab so'n Dach raus runtergemacht Ey da warst du keine Waffe Als du mich abgeschossen hast Da ist eine Bombe Die kannst du für einen Credit aktivieren Die ist Aiming ist so mega schwer Ey du standst nicht auf dem Dach Jetzt willst du hier mich noch enttarnen Seidel Ey hier stinkt da Ich fand das viel geiler Das du gemeint hast Was ist denn das für eine Waffe? Na hier ist so eine Scheiß Bombe bei der Kreuzung Weil du danach halt das auf Detonieren lassen Nein da ist keine Bombe Das war der Melon Launcher Wo ist denn jetzt diese Scheiß Autosniper? Aber das ist doch so ein Scheiß Pfeil gewesen Ja damit kann man aber Inception anmachen Macht ihr eigentlich mit Rechtsklick das Aiming? Das hab ich nicht Außer mit ner Sniper Okay mit ner Sniper ist das doch normal Alter Geht bei euch auch die Erde? Irgendwas laggt hier gerade Okay jemand hat die Terrorception angemacht Hä? Jetzt schon LOL Hast du nie den Film Inception gesehen? Achso doch ja Ist das automatisch oder muss das ein Traitor machen? Nein das muss der Traitor anmachen Aber was bringt das? Da wird's später Es wird später auch dunkel und alles Alter Jetzt wird's dunkel ne? Ja und dann hört man auch die Musikspiele und so Aber wie geil weil Lu direkt erstmal so war Oh Gott was ist das? Und dann hast du nicht den Film Inception gesehen? Ach ja stimmt Lu geh weg Ist alles in Ordnung dass die Welt umdringt er das Ja auf jeden Fall Achso ja dann hab ich den Capsu schon gesehen Das macht mir voll Angst Das man kommt zwei Mal mit Kommt zwei Mal mit Achso stimmt ich hab ja ne Taschenlampe Stimmt Du hast mich dran erinnerst Warte mal ALDER Was denn? Wenn du inner bist dann mach mich deine Taschenlampe an Oh da ist Lu Eigentlich ist das egal Ey warum ja schön das du das schreist Ich will ja was sehen Oh wer ist da? Lu geh weg Lu Ne das ist Andi Ja deshalb geh weg Ne Lu nimm's Ey warum sah ich dich von dir unten voll gut? Lu war da grad bei der LKW Der ist ja immer noch Der war da grad Andi Andi und Lu sind bei der LKW Die Taschenlampe Da sind zwei Leute auf dem Dach Da sind zwei Leute auf dem Dach Zoom da mal rein dann siehst du Lu Boah das ist ja nerven Okay ich hab einen Snyder Bei mir ist das die ganze Zeit hell aber Oh der Andi ist bei mir Andi ist bei mir Wo bist du denn? Ach da Ich seh die echt nicht Ach von mir oh man ey diese scheiß Leiter Woah wer schießt denn da? Mit Farmers mit Farmers schießt Alter Sideless Hurt Ja aber ich hab nicht geschossen Ich kanns auch nicht gewesen sein Rico nicht stand hier oben Ja das kann Seto, Andi oder Lu Ich hab 150 Ich war die ganze Zeit Ich weiß nicht mal wo die scheiß Leiter hier ist Das kann Lu eigentlich auch bezeugen Da oben stand ich Ich hab doch Kopf gesehen Das war nicht Pöscher Das war nicht Pöscher Ja und ich auch nicht Weil ich hier oben beistande Mit ner fucking Shotgun Da hab ich jemand auf dem Dach ey Ich hätt ihm da nicht schütten können Ja hier Es gibt nichts mit einfach Wir stehen zu dritt hier Nicht so viele durcheinander sprechen Ja das ist unglaublich Ja das ist unglaublich Oh cool 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 So viel sind auf dem Dach Steht da vorne eingetan ich gucke Dreh dich um Steht da vorne? Dommys bei mir Dommys bei mir Wenn ich stolz bin Ja ich bin bei dir Ach ne ihr knallt's bestimmt gleich Dreh dich um Dreh dich um So dass die beiden sind Woah Woah Gott hast du mich erschrocken du Woah jetzt leckst du Hä? Ich seh hier beide Alter ich seh einfach gar nichts Wenn das dunkel ist Das ist echt schlimm Ich kann nicht zwei Meter weit gucken Ich kann nicht zwei Meter weit gucken Ja wir halt auch nicht ne Der stand da oben auf dem Dach Der Traitor kann sich überall verstecken Und dann macht der GG eben Weil du Kann das sein dass die Traitor Wenn die das machen Dass bei denen immer noch hell ist? Keine Ahnung Ne ne Weil das hat gar nichts Woher weißt du das denn Zito? Aha Weil Ja weil Ender Muffer gesagt hat Bei mir ist immer noch hell Ja ihr könnt mich ruhig abschließen Aber ich glaub das ist unlogisch Wenns bei Drayden noch hell wäre Weil das ist irgendwie Das ist jetzt Drayden Aber ich hab mir gedacht Okay es geht jetzt wieder weg Ja jetzt hast du's Wow Oh da hinten stand N die ganze Zeit Nein ich bin grad erst hier hochgekommen Ich glaub das war von dem Dach da Wer schießt denn da? Das war Wer hat mit der Ist eigentlich hier der Dach noch am Leben? Ja ich hab gesagt ich wollte das Dach sein Ich bin doch am Dach In dem Dach wurde ich glaub nicht abgeschossen Kann man auf das Dach überhaupt trauen? Das hab ich mich halt auch gefragt Nein Ich glaube nicht Alter diese Leitern Wo ist Rico hin? Ach da ich bin noch hier Warum brauchen wir uns noch mal Zeit gehört? Weil ich abgeschossen wurde von der Farmers Habt ihr euch gegenseitig abgeschossen oder was? Nein Nein Crasher war das nicht Das war keiner der hier in der Nähe stand Könnte das auch Loose Waffe gewesen sein? Weiß ich nicht Guck mal meine macht so einen Rollschock Ist das die Waffe schon längst gewechselt? Ja aber die Waffe würde Hä sind ja alle Aber die Waffe würde passen Ich höre ja gar nicht mein eigenes Rollsch Das ist ja seltsam Ja aber es ist Lu Ja aber eben Aber die Waffe würde passen Ja bei Lu könnte ich mir vorstellen dass er die Waffe nicht gewechselt hat Was hast du denn? Hä? Ich hab die hier Ja das könnte ja nicht sein War das sowas? Er hat mit Farmers gehabt Ja ja War das nicht der MP9? Ich hab aber Nee ich hab MP5 Navi gespielt hier Ja bei Zile war Zile kann das nicht auseinanderhalten Als ob du die Waffe angetreuen Ich kann das wirklich nicht auseinanderhalten wo ist denn da? Dany war hier noch nie Ich geh bestimmt nicht aufs Dach Ich steh hinter euch Vor allem hat Zettel auf dem anderen Dach unten Auf dem anderen Dach unten Ja weil auf den Farmers Ich geh doch zu wetten das Junge Welches andere Dach? Waffenkörn Alter Zeigel Ich bin doch wo Ich bin ja Ich meine es könnte ja immer noch Rico sein oder so Nein Rico hat nicht jeder in der Hand Nee es sind doch zwei Traitor Es könnte Rico und ich sein Rico hat aber jedenfalls nicht abgeschossen Alter wir einfach drei Leute reden Ja TTT Ja weil Lua einfach dazwischenredet und Anni und ich mich unterhalten haben Entschuldigung Ja was ist denn jetzt los? Jetzt macht halt mal was Ja wir können ja auch einfach warten Ja langweilig Ja auch die Stimme War das? End okay end Das war end ja end Rico 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 Aaaaaaah Scheiße Boah Rico wir mussten irgendwas machen Ich musste auch mal Ich hab keine Credits mehr Ihr beide wenn ihr Traitor seid Die Zeit kommt weg und du hast noch gar nichts Du hast da einmal den Aber das hat uns auch nichts gebracht Ich hab keine Credits mehr Ich wollt Zeit die ganze Zeit weg machen Hast du auf mich geschossen denn? Nein hab ich nicht End hast du von dem einen Gebäude auf mich geschossen? Oder wie? Mit der Melle Hast du von dem einen Gebäude auf mich geschossen? Von den gegenüberliegenden Ja hab ich Ah gut Ich hab da nämlich noch so Kopf rumschwirren sehen Weißt du Hab aber nicht rechtzeitig zielen können Ich wollt eigentlich vor allem erst Anti weg machen Weil der hatte als einzige Schrotze Ich hab doch auf Lou mit der Melon Bist du nicht gestorben Alter? Nee du hast doch auf den neben mir erst gezielt Oder auf den neben aber keiner ist gestorben What the fuck die Melon Die ist genau gegen deinen Kopf geprallt Ey mal letztes Mal hab ich doch seit Aufm Leuchtturm mit der Melon getroffen Aber Rico Aber Rico Rico hat sich das Gefühl Der hat gar nichts gemacht irgendwie in der Runde Was denn? Ja der stand nur oben Ich hab dunkel gemacht Wow Und das hat irgendwie nicht ganz so viel gebracht Ne Doch M.P.S.. Ey du wirst das wirst Es leicht lang gehen Leucht Ey Baum Ja Irgendwann musst ichs Mal versuchen Ja deswegen hab ich toxiciels Hab ich gesagt Alter jetzt muss die Meleton HORN OFF zu schießen Don brother Also Melalong Ich renn hinterr School Alter Du hast aufgeschossen Ja, aber doch nicht auf dich! Seidl tot ist, war ich das? Seidl tot ist, war ich das? Ey, normalerweise treff ich nie. Warum seid ihr beide hurt und rudet? Normalerweise treff ich nie. Ja, komm, dann schießt mich halt auch in Roten. Das ist die beste Außenrede von Lu, normalerweise treff ich nie. Wahrscheinlich ist er auf dem Feld, aber er ärgert sich nicht. Normalerweise treff ich nie, ey. Wer ist das, Tito? Und wer? Lu. Das ist immer hinterher, natürlich. Wo ist Anni? Er war grad bei Lu. Ich bin ein persönlicher Beschützer. Finde ich gut, ehrlich gesagt. Kann man da rein? Kann man da rein? Ja klar kann man hier rein. Doch nicht da rein! Komm mal mit! Der verwirrteste aller, wo bist du? Hier! Hey, wer war das? Ich glaub Nico. Nein, ich hab uns angeguckt. Zum Glück, da bin ich nicht reingegangen. Was? Da oben ist einer. Ja, woher? Scheiße! Oh, das war Andi! Aha! Ich war das. Okay, jetzt hab ich mich grad verraten. Äh, wieder im gelben Bereich gewählt. Wo ist er? Der hat sich geheilt. Andi ist das! Wo ist'n der? Ich wurde sogar von ihm abgeschossen. Crasher steht da oben auf dem Haus und hat nix gemacht. Wo ist der? Ja, aber Crasher ist im gelben Bereich. Ich hab den vorhin in den orangechen geschossen. Confirm mal bitte Seidel. Confirm mal bitte Seidel, Lu. Hä? Ne, ich glaub nicht, dass du das bist. Ah, ja. Na, wenn du orange bist. Und jetzt. Lass mal bitte, hör auf. Jetzt bist du gelb. Ja. Bist gelb, du warst vorne orange. Es kann gar nicht sein, dass du das ohne gemacht hast. Da hinten. Alter. Der Lu. Okay, Domi und Andi sind's. Ja, hast du mir schon gedacht. Ach ja. Sehr schön. Die sich alle gegenseitig abficken, ey. Und dann. Ah, scheiß Map. Wo bist denn Andi? Domi lebt ja auch noch, ne? Ich werd dir ganz sicher nicht sagen, wo wir sind. Ja, also lebt Domi auch noch, dank für die Aussage. Ach, leck mich doch. Das ist so laut. Die Krise, Mann. Ach. Oh, ich halb. Ich, das hasse diese Scheißleiter in dem Scheißleiter. Warum hast du dich auf ihn geballert? Das war's schon, ne? Ich war's schon, ne? Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen, ne? Ja, Andi konnte ich nicht mehr treffen. Ja, wahrscheinlich. Ich glaub ich direkt hier deine Dinge, oder? Ne, ne. Der ist weggerannt. Ach, nice. Vielen Dank fürs Zudem. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.